Here we go, we saw the night So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog bei mir auf dem Kanal. Heute spiele ich zum ersten Mal Paintball in der Landesliga. Ihr habt ja letztes Mal gesehen, ich habe in den Junggesellenabschied ein bisschen Paintball gespielt und es hat mich so angefixt, dass ich unbedingt noch mehr machen wollte. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir werden nicht nur Paintball spielen, sondern ich werde gegen 18 Uhr von Düsseldorfer Flughafen nach Österreich fliegen, um genau zu sein nach Wien. Und von Wien aus fahren wir nach Ungarn zu den Pananoa-Ringen. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ich weiß nicht genau, wie man diesen Namen sagt. Ich hätte mich übrigens bei Marco Verzelt leider ein bisschen vertan, denn Pananoa-Ring ist nicht in Österreich, sondern in Ungarn. Und ich war die ganze Zeit davon überzeugt, dass die Rennstrecke in Österreich ist, weil wir halt in Österreich landen. Also war ich davon überzeugt, dass es in Österreich ist. Ist es aber leider nicht, Freunde. Es ist ein bisschen daneben, ja, wie gesagt, in Ungarn. Mein Hotel ist ebenfalls dort und ich werde da zwei Tage verbringen und, ja, Fahrsicherheitstraining mit Motorrad machen und vielleicht ein freies Training dort absolvieren. Ich bin schon sehr gespannt, ob ich mich überhaupt traue zu schleifen. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt und, ja, es wird auf jeden Fall eine actionreiche Woche und ich würde sagen, los geht es nach München-Gladbach. So, Freunde, der Nils ist da, jetzt geht es los. Zack. Da steht er schon. Yeah. Wo sind Sie denn aufgeregt? Was geht es? Auf jeden Fall. Jetzt geht es los, Rainer, jetzt geht es los. Wir rassen über die Autobahn. Mann, ist das schnell, Nebis. Oh mein Gott. So, sicherlich kennt ihr den Nils schon hier vor in den verschiedenen Videos. Der war ja schon immer mit dabei. Eine Sache wisst ihr aber nicht, ne? Der hat mir hier mit seinem Handy, weißt du noch, den S3. Genau. Der hat mir tatsächlich fast 8 Millionen Klicks verschafft, Leute. 8 Millionen. Das ist bisher das erfolgreichste Video auf meinem Kanal. Vielen Dank dafür. Aber du hast Konkurrenz bekommen. Wittest du mir, motherfucker? So kommt euch das bekannt vor. Ja, genau. Wir sind wieder im München-Gladbach. Wir sind da. Wir sind da. Oh, da kommen schon die ersten. Guck mal, seht ihr die Trikots, ne? Die dürfen wir als erstes anziehen von Beastie Balls. Aber wir kriegen dann später... Beastie Balls, das ist der Yannick. Sag mal, Yannick, hallo. Wir kriegen später neue. So, hi. Hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich auch. Moin, Alex. Alles gut? Bei dir? Alex. Gut, dass ich mein ganzes Team nicht kenne, ne? So, ich muss ja meine Schuhe wechseln, sonst mache ich die alle dreckig. Oh, der gar reichig, geil. Ich habe keinen Bock, dass meine Schuhe dreckig werden. Ich bin so geil, drauf zum Ballern. Ich bin so geil, drauf zum Ballern. Oh, yeah. Freunde, es liegt Paint in der Luft. Ich habe noch ein Ersatz-Trikot. Wir bekommen natürlich noch andere. So, Freunde, ich bin jetzt fertig. Das ist mein Spielausweis. Und das ist meine geniehende Knarre. Mit Kameramount. Ein bisschen schwieriger, aber sonst geht das ganz gut. Schön, dass wir dabei sind mit dem neuen privilegierten Marco, auch im Team Bestermann. Wir fangen jetzt mal an. Eins, zwei, drei, boom, let, boom, let, boom, let, boom, let, boom, let, boom. Okay, das war ein bisschen aggressiv. So, wie ist es? So, wie ist es? So, wie ist es, ist es? So, wie ist es? So, wie habe ich mich gemacht? Nee, du hast es gesehen, ich habe direkt zwei am Anfang erwischt. Zwei Gs. G2, G1, G2. Direkt rasiert der Marco. Und dann habe ich eine Kugel am Kopf bekommen, aber ich habe nicht geplatzt. Eigentlich wäre ich drin noch geblieben. Aber der Marco ist rausgegangen. Und das war ein Fehler. Nächstes Mal holt er den Ref und dann wird er gecheckt und dann sagt er nämlich, ich habe übrigens den Ref erwischt einmal. Ja, das passiert. Das passiert, das passiert, Alter. Hat aber nichts gesagt. In die Eier war das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020